Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Rokorti mit mir, dem Chris und ihr seht es, CSGO, ja, ihr seht meinen Rang 4, ich hab fast noch gar nichts gespielt und ja, ich wollte jetzt einfach mal mit euch ne Runde zocken, hab voll Bock auf ne Runde Wettkampf und ja, dann würde ich sagen, let's go und Pistolen, ich werde mir die, diese hier kaufen, die hole ich mir immer und eine Blendgranate. Ja, ich hab keine Ahnung, was ich hier kaufen muss, ähm, ich werde einfach mal ne Runde jetzt random mit euch zocken, ich hab keine Ahnung, wo ich hingehen soll, also, okay, hier ist einer von mir, okay, Bombe wurde geplantet, so, da hab ich erst mit fetten Heli gegeben, ein Schuss, sofort tot, ah, da kommt einer von hinten. hab ich auch ein Handy gegeben, ich weiß nicht, was mit mir gerade los ist, der ist auch fast tot, wo ist die Bombe, Alter. Ach, da ist sie, ich hab nix gesehen, wo ist, okay, sind alle tot, die Runde haben also mit gewonnen, oder? Schafft es? Yes! Das war gar nicht so schlecht, ich hab, ähm, mich gewundert, warum ich die ganze Zeit so viel gekillt hab, zwei Kills bekommen, und ein Assist, der werden wir uns doch mal, ähm, was holen wir uns? Ich glaub ich hol mir mal die, ja, Standard Shit halt, ne? Also braucht euch nicht, okay, das ist schon der Erste. Lass mich da durch, Mann! Lass mich doch! Du Spasti, du Scheiß Glitcher, ey, und der ist sofort tot, wer hätt's gedacht. Ist ja noch einer. Was bitte? Wie schnell war ich bitte tot, Alter! Äh, ja, Deadly Poison ist eigentlich auch ganz nice. Also die, die MP9, oder was das war. Spiele ich auch ganz gerne. Den Skin habe ich übrigens von einem netten Abonnenten geschenkt bekommen. Finde ich sehr sozial. Ja, und da... Alter, weißt du, er kommt von hinten an und killt mich trotzdem nicht, Alter! Was ein Lappen, Alter! Also die Bombe liegt da auf jeden Fall. Kill ihn, bitte. Ja, gut. Alter, der Trottel eben, der von hinten an kam, nämlich trotzdem nicht killt, ey. Ja, ist doch ganz nice. Ähm, ja, haben wir schon, ähm, zwei Standardgranaten. Alter, da sitzen sie alle. Ich dachte, da ist schon irgendwer gestorben, ey. Lass mal eine neue Waffe hier wiederholen. Ja, ich... Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Hab jetzt wieder ein paar Tage nicht gespielt. Äh, weil wegen Arbeit. Und so. Ich rate, wenn ich hier rausgehe, bin ich jetzt hinzu wieder tot. Ja, Assist. Schaut, dass ich den Kill nicht bekommen hab. Smoke. 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 Smoke weed everyday. Nicht. Wo sind die alle? Da war einer, da war einer, da war einer. Da war einer. Da war einer. Ja, uns den Headshot. Easy. Drei Kills geholt. Beste Runde bis jetzt. Das war nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. 5-0 bis jetzt also. Läuft auf jeden Fall. Deswegen werde ich das doch mal lassen. Ich glaube, die kennen alle zu B. Ja. Was? Das ist so ein Spaß. Ich glaube, das war schon wieder der gleiche wie eben. Er greift mich von hinten an und schaffst es trotzdem nicht, mich zu killen. Oh man ey. Das ist ein Lappen. Und dabei bin ich sogar noch mehr. Eigentlich bin ich mega schlecht in dem Spiel, ne? Alter, was stimmt? Es stimmt doch endlich mal. Alter. Sein Ernst? Wo ist der? Alter. Keine Ahnung. Hast du verpisst? Aber wahrscheinlich zu low. Zu low für mich, Alter. What? Wo ist der? Ich weiß nicht, ob der dein. Man kann da in die Toilette reingehen, was ihr eben gesehen habt. Keine Ahnung, ob der da reingegangen ist. Oder wo auch immer der ist. Ich weiß es nicht. Hä? Ist jetzt alle zu A gelaufen, oder was? Ich verstehe das Spiel nicht. Oh mein Gott. Was war das? Hä? Wieso musste ich nachladen? Scheiße, Alter. Jetzt habe ich meine Waffe dadurch verloren. Ey. Schreibt der eine sogar noch, ey. Oh, da stehen alle. Da stehen sie zu zweit. Mann! Alter, so ein Wichser, ne? Ja, okay, die Runde verlieren wir. Die Runde verlieren wir. Mega schlechte Runde. Er macht No-Scope, Alter. Versucht No-Scope ihn zu killen, ey. Ne, man kann sich auf das Auto drauf stellen, wusste ich auch noch nicht. Ja, war klar. Die Runde war scheiße. Ja. Machste nichts. Boah, ich will auch mal eine andere Waffe spielen, aber ich weiß nicht was. Da haben wir uns die. Die gönnen wir uns. Oh, ich fuck, Alter. Die Graucher-Ganade hat mir gerade Damage gemacht, ey. Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll, weil überall welche sind von denen. Alter, wieso kann es nicht so laufen wie eben, ey. Okay. Ich weiß nicht, was auf eurem mit denen los ist. Ich geh jetzt mal auf der anderen Seite lang. Rush nicht einfach durch. Sag ich jetzt einfach mal so. Was ist das? Ich hasse... Boah, Leute. Dieser Risko, ne? Also langsam. Der hat mir jetzt drei Runden hintereinander einen Headshot verpasst. Instant. Äh, entweder Smurf der oder ist ein Hacker. Er hat auf jeden Fall Damage genommen. Schon wieder Damage genommen. Alter, was überlebt der das? Wie? Holy fuck. Ich hab ihn zweimal angehitted. Was soll ich da machen, Alter? Überhaupt kein Geld im Moment. Alter. So scheiße gerade die Runde. War der tot? Ne, der war nicht tot. Ja. Drei Leute auf einmal. Wo seid ihr, Teammates, Mann? Da waren auch gerade noch zwei hinter mir. Und ich krieg keinen Assist. Er macht zwei... Du weißt schon, dass links einer neben der Beine. Du, Alter, was? Das ist... Weißt du, er sieht, dass jemand neben ihm runterfällt. Und der killt ihn nicht. Alter, was ist mit dem denn falsch? Also die Bombe ist da. Die müssen auf jeden Fall da hingehen. Ja, nice. Der Lulu, der carry das. Er hat in dieser Runde vier Kills einfach gemacht. Ja, ey. Kann ich mir auch die Waffe wieder kaufen. Aber keine Rüstung, ey. Aber bald wechseln ja die Seiten. Gott sei Dank. Alter, ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Da waren ja eben ganz viele. Aber dann hat mir gar keiner geholfen. Und ich hatte natürlich keine HP mehr. Sonst hätte ich da mindestens einen mitgenommen. Wenn nicht sogar mehr. Weil der hat... Mein tolles Teammate hat mich natürlich, ähm... Schön... Auf 28 HP runter... Fuck. So, ich dachte, ich werde geflasht. Mein Teammate hat mich auf 28 HP runter gemessert. Danke nochmal dafür. Die werden alle A sein. Oder A rushen. Alter, ich hab so keinen Aim in dem Spiel, ne? Weißt du, ich hab ihm Headshot gegeben. Was ist das? Alter, ey. Das ist die schlechteste Runde in CSGO, die ich jemals gespielt hab. Ganz ehrlich. Hä? Warum krieg ich den... Ja, jetzt bin ich tot. Oh! Ich hab hier jemanden geflasht gekillt. Ja, zwei Headshots mitgenommen. Nice. Und dann kam noch einer von hinten. Oder zwei sogar. Kann uns die nix machen. Wieso bin ich bester Spieler? Äh, keine Ahnung, warum ich grad besser Spieler gewonnen bin in der Runde. Aber naja. Äh, ich hoffe wir die jetzt nochmal, Alter. Die hat voll viel Damage gemacht. Aber ich hab den neuen Skin aus der Wildfire Kiste. Weil ich keine Hobbys hab. Ein mega Noob in dem Spielband, aber wenn ich mir trotzdem Waffen-Skins kaufe. Das macht Sinn. Ja, der hat ne A, weil was soll ich da machen? Wie kann er mich da treffen? Hä? Deploying Flashbang. Was macht der denn da? Alter, was ist mit dem falsch? Der blockt mich andauernd, ey. Ist da einer, ist da einer, ist da einer. Ich freu mich nicht hier durch zu gehen. Sind schon wieder alle da hinten am Campen. Ich geh jetzt einfach hier lang. Die werden alle A sein, ja. Oh, gehen die denn jetzt die ganze Zeit A, ey. Vier sind von dir noch am Leben. Alter, der eine hat richtig aufgeräumt von denen gerade. Von den Gegnern. Ich hab keine Ahnung, wo der war. Okay, doch da durch, Mann. Okay, der hat den auch gekriegt. Dieser Lulululu, der hackt. Guck mal. Alter, 4 HP, ey. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Hier ist die Bombe auf jeden Fall. Wo ist Lulululu? Ich brauchst deine Hilfe, Alter. Mach ich hier nichts. Oh, da ist er! Da ist er! Ich hab nur die Bombe deffen, 20 Sekunden. Ja. Okay. Ich weiß nicht. Oh nein, bitte. Bitte, Alter, ich verliere das jetzt nicht mehr. Yes! Nice! Huh! Okay, Seitenwechsel, Alter. Hätte das noch verloren, ne? Alter, hätte den jetzt nicht gekillt, ne? Krass. Aber jetzt, hier, endlich Seitenwechsel. Oh, ich hab sogar die Bombe. Nice. Da hab ich jetzt Bock drauf. Nein, danke, Spiel Call of Duty Black Ops 3. Ne, nicht Black Ops 3. Das ist das größte Kackspiel, was es gibt. So. Ich werde jetzt zu BRUSCHEN. Werde ich mir einmal kurz hier in den Blendsmo, äh, Blends, Granate reinwerfen. Mach ich immer so. Also von der Seite ist es einfach viel besser. Okay, ich krieg nicht mein Assist dafür. Ich hab jetzt nicht mein ganzes Magazin drauf geballert. Ah, von links kam auch noch einer. Wusste ich nicht. Wusste nicht, dass links auch noch einer sitzt. Sitze da immer noch? Keine Ahnung. Wer sitzt da immer noch drin? Ne, der ist schon tot. Ich dachte gerade, der lebt noch, Alter. Sieht gut aus, die Runde. Bis jetzt. Was nen Spaß, die, Alter. Er versucht einfach zu defusen, Alter. Ja, nice. Gut. Bin zwar verreckt, aber das war richtig unnötig, aber... Ja, war nicht so geil, die Runde von mir, aber... So, jetzt hol ich mir auch die Akne. Ne, ich hol mir die... Echo. Ja. Ich geh mal B. Wer hat die Bombe? Hä, nach da. Oh, ich geh alleine, okay. Danke, Team. Fuck. Ja, nice. Meine Runde nicht gestorben. Was haltet ihr von, Leute? Ja. Das war mal eine relativ gute Runde für mich. Ja, hab ich schon. Bald mal die Waffe... Ja. 4,13. Drei Runden noch gewinnen, und dann haben wir das generell gewonnen. Dann läuft das Ganze, ja. Ja, einfach jetzt alle B gehen. Na, ich hab ne Blankgranate von wer anders bekommen. Okay. Oh, fuck. Ja, mein Elm ist richtig schlecht gewesen, Alter. Aber ich hab ihn trotzdem... Weißt du? Ich glaub der spielt nicht mehr mit. Der hat keinen Bock mehr. Ja. Oh, das war nur getrollt von dem. Ah, das sind mir zu viele. Drei Leute mitgenommen. Ich weiß nicht, ob die einfach nur trollen oder einfach so schlecht sind. Weil schlechter als ich geht ja eigentlich gar nicht. Ja. Wird noch einer von denen? Weil ich bin der einzige... Ne, ich bin nicht der einzige, der noch lebt. Fuck geht hier ab, Alter. Ja. Okay. Und sogar noch ein mitgenommen. Vier Leute gekillt. Läuft doch. Und er kriegt die beste Spielermedaille was? Ich kill hier vier Leute. Einfach so nötig. Naja. Vier Leute mitgenommen. Das läuft doch. Dann sehen meine Stats auch schon ein bisschen besser was? Jetzt spiel ich gleich mit der AWP. Ich gönne mir den einfach. Oh, ich geh jetzt auch mal hier lang, Alter. Da hab ich voll viele Kills bekommen gerade. Zwei gegen eins. Ich hab da echt ne Smoke hingeworfen, bin ich dumm. Was? Wo sind die alle? Was ist hier unten? Ich glaube nicht. Oh, ich hab eigentlich die Bombe nicht, Alter. Ich will die Bombe. Ich will planten. Leute. Okay, plantet wieder bei B, Alter. Wie plantet man immer bei B auf der Map? Also ich jedenfalls. Weißt du, ich ähm mir so hart schlecht, ne? Ich weiß nicht, ob die das jetzt extra machen, weil sie keinen Bock mehr haben. Aber... Ich glaub, das ist nicht mehr deren Ernst. Kein Bock mehr. Oh, ich glaub einfach nur noch ein bisschen hier rum, bis die Runde vorbei ist. Ja. Hier geht es nur noch um die Schönheit der Stats. Um mehr geht's hier nicht mehr. Entscheidungsrunde. Ja. Läuft doch. Und dann werde ich mir mal die AWP holen. Ich... Leute, ich kann da überhaupt nicht mitspielen, aber... Ich gönn mir sie einfach mal. Und dann geht das hier los. So. What? Er zündet mich einfach an, Alter. Was ist mit dem denn bald? Ich hab ne Errungenschaft... Oh, geh doch aus dem Weg, Alter. Ist nicht dein Ernst, Alter. Okay, da wird auf jeden Fall geshootet. Wäre da sein können, dass ich da jetzt blind bin treffe. Ich will einfach so ein Blindshot mal treffen, ey. Das wäre so nice. Okay, da sind ganz viele. Wohnt sich nicht da irgendwie einzugreifen. Was? Den habe ich doch hundertprozentig getroffen. Okay, wir haben gewonnen. Scheiß drauf. Eigentlich habe ich den ja noch getroffen, aber... Was hab ich da gerade bekommen? Hab gesägte Schronflinde. Was? Levelaufstieg. Keine Ahnung, was ich gerade bekommen habe. Aber naja. Jedenfalls haben wir gewonnen. Auch wenn die Runde nicht so ganz geil war. Und ja. Ja. Dankeschön. Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Rukoti. Bis dann. Ciao, Leute.